Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Bion2Souls. Ich bin immer noch ein bisschen am Sound-Einstellungs-Übungs-Machen. Also, es wird besser von Folge zu Folge. Das kann ich euch, so viel kann ich euch versprechen. Aber die Elgato ist da ein bisschen speziell, die stellt sich da gerne mal einfach um. Ja, egal. Wir machen jetzt weiter. Ich hoffe mit angenehmer Lautstärke für euch auch. Achso. Pardon. Ich dachte, ich muss gehen als einen. Wäre lustig gewesen. Dann komme ich reingeflogen. Hi. Hallo, Typ, der mit Spider-Man kämpft. Ich muss immer an den Dingsy denken. Das wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, ich würde es aufwachsen natürlich. Ja, das ist schön. Jodie, es ist unhöflich, einfach irgendwas anzugrapschen. Können wir uns hier hinsetzen? Jodie, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. Mhm. So wie, äh, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ja, ist da kein unsichtbarer Freund? Ja, gut, ich habe einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Äh, ja. Seit deiner Geburt? Das weißt du doch nicht, wenn sie ein Baby ist, aber ich denke mal, ja. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Keine Ahnung. Könntest du ihn, äh, für mich malen? Äh. Ih. Vielleicht. Ich bin nicht sicher, wenn ich jetzt mit der Konsole was malen muss, dann kommt dabei nichts Gescheites raus. Glaub mir mal. Ähm. Ja. Kannst du ihn für mich malen? Wieso hat die so Kratzer am Arm überhaupt? Voll Knäcke. Die ganzen Arme sind abgeschürft. Stößt dich, wenn ich's ansehe? Sie hat dir doch das Blatt hingeschoben, also wird sie wohl nichts dagegen haben, dass du's dir ansiehst. Also. Dieses Ding ist dein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ja. Ist er jetzt gerade hier? Ja, ich bin hier. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Ich bin ein Sie. Aber okay, ich kann was machen. Gut, Aiden ist ein Er, aber... Was soll ich denn machen? Solange ich nicht fliegen muss? Oh, der mach ich wohl am wenigsten kaputt. Uh. Nein. Nein, du sturter Hammel. Warte. Ich war kurz abgedingst. Ich hab schon wieder vergessen. Ah, jetzt. Blup. Du, du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Es macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Monster? What the f***? Monster. Eiden gezeichnet. 76 Prozent. 81 Prozent haben einst Kräfte gezeigt. Ja. Es ist auch ein bisschen komisch, wenn ich sag, nö, ich kenn Aiden nicht. Blah. Weil vielleicht kann der ihr ja wenigstens helfen, wenn anscheinend die Eltern schon so, oder die Mutter in dem Fall, weiß ich nicht, sie anscheinend da einfach abgibt. Das ist ja auch schon mal toll. Von wegen, oh mein Gott, mein Kind hat übersiedliche Fähigkeiten. Hui. Ich muss es gleich mal irgendwo abschieben. Ole, ole. Was zum Teufel mache ich jetzt überhaupt bei der CIA? Ach, das ist der Fuzzi, mit dem ich da auf diesem, äh, Ball war von dem komischen Scheich. Was für ein Training. Oh nein. Wieso habe ich jetzt kurz zuhaaren und sehe aus wie ein Kerl? Und überhaupt, was zum Teufel? Was, 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 was? Ja, hopp, hopp dir selber. Hilfe. Wie läuft die denn? Ich will mich ja nicht aufregen, aber das sieht echt scheiße aus. Lauf. Los, fest zugreifen. Nutzt die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Ja, nerv mich. Was ist denn das für ein unhöflicher Spein? Ne Priester. Ganz genau so, Holmes. Komm schon. Ich hab dich den ganzen Tag Zeit. Hast du schon? Das ist dein Job. Oh shit. Ich hab ja mir da meine Klappe aufreißen müssen. Ah. Äh. Was? Nichts. Ja, sei begeistert von mir. Das krieg ich. Oh, ne, die Nüsse. Oh mein Gott. In Deckung. Was? Was? Nein. Gott sollt schießen. Fasch mich. Ich bin ein PC-Spieler. Lass mich in Ruhe. Wups. Ich bin tot. Jodie. Geh doch mal bitte. Oh Gott, ist die dumm. Okay. Sie ist in Deckung. Zielen. Ah. Okay, sie zählt. Raus da. Was sind die? Oh Gott. Oh Gott. Also, ich hab jetzt das Ziel von A2-A1. Ah. Hilfe. Gut. Oh. Was? Ja, kein Problem. Ich hab keine Ahnung, was ihr da schreibt. Upa, cool. Das. Äh, why? Wut, 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 was war das denn jetzt? Wollt ihr mich verkackeiern? Was ist das? Ja, Entschuldigung, ich war gerade irgendwie... Keine Ahnung, was denkst. Gut. Und jetzt weiter. Äh. Nein! Jetzt werde ich wieder verprügelt von dem fetten... Ich meine, von dem durchtrainierten Glatzi. Ja, versteck's dir wohin. Mit Nasenbluten. Juhi! Was? Ich hab doch geklickt. Ach, leck mich doch am Schinken. Wo hat die denn fetten Arsch, du Spaten? Das möchte ich schon mal wissen. Das war ein bisschen bescheuert. Eher der Zipfelklatscher. Ja, Entschuldigung. Der ist schon wieder. Du bist wohl beleidigt, weil ich den in die Fresse geboxt hab, oder? Was? Was? Ich hab L1 gedrückt. Das ist Aerobik für Anfänger. Fliegt man doch. R1. L1. R1. Halleluja. Na komm schon, Jodie! Och, ne, schon wieder. Was? Autsch! Halt! Beide sind das Wunder, nicht so. Ja, man kann's auch übertreiben, ich bin ja hier nicht. Bodybuilderman! Oh, äh, ja, mhm, ja, nee. Ernsthaft. Schlag ihm in die Fresse! Dafür, dass ihr mir hier die Dings in die Hand gebt. Oh nein, au! Sackgesicht! X! Ja, gib's auf! Nicht übel! Halt's Maul! Mach's doch besser! Du Blödi! Glaub ich nicht übel! Och, come on! Oh ja! Glatzi! Pingpong und drübe! Ähm... P.S. Ich hab keine Ahnung wie ich das machen muss. Guck! 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 P! Du hast es mir gerät, dass du dich stetsst! Au! Das ist aber nicht nett. Der da oben sieht mich, weil der einfach mich so sieht, oder wie? Okay. Ich will nicht dahin. Kann ich? Was ist das für eine Scheiß... Sorry, die Steuerung ist kacke. Äh... Ops. Oh mein Gott. Äh, ja. Kann ich... Au! Das war nicht nett. Ja, was ist denn? Das... Die Steuerung ist total belemmert. Sowas von belemmert ist das. Sind das? Wer ist denn? Das war's für heute. Das war's für heute. Wo muss ich überhaupt hin? Hä? Hä? Ey Jodie, komm schon. Ich kann nicht durch... Nein, ich möchte einfach nur die dumme Leiter runter. Jetzt bin ich hier oben gefangen oder was? Nicht übel Jodie, aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wär das dein allerletzter... Haha! Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Ich wurde verprügelt von dem Arschloch. Und jetzt bin ich bei der CIA. Super. Danke, Sir. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Perfekte Soldatin. Du hast deine Trophäe erhalten. Kampflehrling. Du hast deine Trophäe erhalten. Dankeschön. Ihr könnt euch wohin stecken. Das war furchtbar. Mein Gott. In guter Form. Während des Trainings entdeckt. Oh. Ja, mein Gott. Fantastisch im Kämpfen. Schön für mich. Ja. Was uns dann noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.